Wie schön, dass wir uns endlich kennenlernen. So. Sie wissen, eine große Gemeinschaft ist wie ein Boot. Und dieses Boot trägt eine kostbare Fracht. Herzlichen Glückwunsch zur Fertilisation. Pete, ich hätte das Privileg, einen Namen auszusuchen. Pete. Pete Melzer. Ich hoffe, er gefällt Ihnen. Leider können wir den Quell des Lebens nicht gleich mitnehmen. Deswegen werde ich jetzt einen für diesen Bezirk völlig neuartigen Verwaltungsakt vollziehen. Die ambulante embryonal Kennzeichnung. Sehen Sie, gar nichts passiert. Natürlich werden wir Pete bis zur Geschlechtsreife in zwölf Jahren, mehr oder weniger, bei Ihnen lassen. Futter, Nestbau, Wärme. Wenn Sie sich nicht mehr sehen, dann bald bis 15 pardon. Der Eine 紅 Weib Klar